Hier siehst du das gleiche Beispiel wie in dem letzten Video. Und wir werden jetzt hier ein bisschen mehr Mathematik verwenden. Und du wirst sehen, dass die Mathematik eine Sprache ist, die Symbole verwendet, um Zusammenhänge darzustellen zwischen verschiedenen Objekten. Deine Aufgabe ist es jetzt, einen mathematischen Ausdruck zu finden, der das, was du jetzt hier auf diesem Bild siehst, eben mathematisch darstellt. Ich gebe dir da noch einen kleinen Tipp. Guck einfach, was auf beiden Seiten der Waage sich befindet und bedenke dabei, dass die Waage im Gleichgewicht ist. Dann gebe ich dir einige Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Okay, was befindet sich jetzt hier auf der linken Seite der Waage? Zunächst mal haben wir ja hier die mysteriöse Masse und die stellen wir jetzt auch einfach durch ein Fragezeichen dar. Aber wir haben ja noch mehr auf dieser Seite der Waage. Wir haben ja zusätzlich noch drei Kilogramm, diese einzelnen Massen. So, und was befindet sich auf der rechten Seite der Waage? Wir haben hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wir haben hier also zehn Kilogramm auf der rechten Seite. So, und jetzt haben wir noch eine zusätzliche Information. Wir wissen nämlich, dass die Waage im Gleichgewicht ist und das heißt, wir können hier das mathematische Symbol gleich verwenden. So, jetzt haben wir tatsächlich eine Gleichung aufgestellt. Was sagt uns diese Gleichung jetzt? Wir sehen hier, wir haben eine Größe, die wir nicht kennen. Wir wissen aber, wenn wir drei Kilogramm dazu addieren, dann erhalten wir zehn Kilogramm. Die Frage ist jetzt, wie können wir jetzt rausfinden, wie können wir die Gleichung lösen, wie können wir also rausfinden, wie groß diese Masse ist. So, da erinnern wir uns jetzt einfach mal daran, wie wir das beim letzten Mal gemacht haben. Beim letzten Video haben wir ja einfach hier drei Massen, drei Kilogramm hier praktisch weggenommen. und das Gleiche haben wir ja auch auf der anderen Seite gemacht und danach war die Waage ja wieder im Gleichgewicht. So, und das Gleiche können wir jetzt praktisch hier mathematisch ja auch machen, indem wir jetzt einfach schreiben hier minus drei, ja, weil wir drei weggenommen haben. Aber wir haben die ja nicht nur links weggenommen, wir haben die auch hier rechts weggenommen. Du erhältst dann also, auf dieser Seite bleibt nur noch das Fragezeichen übrig. Wir sehen hier plus drei, minus drei fällt ja auch weg. Und auf der anderen Seite haben wir zehn Kilogramm, minus drei Kilogramm ist sieben Kilogramm. Und damit erhalten wir das gleiche Ergebnis wie bei dem letzten Video.